Deutsch lernen durch Hören Fährst du alleine? Annika freut sich auf ihren Urlaub. Vor einem halben Jahr kam sie aus ihrem Auslandssemester in Südafrika zurück. Ihre besten Freundinnen in Afrika waren Mexikanerinnen und jetzt fliegt sie zu ihnen. Am Flughafen in München gibt sie ihr Gepäck auf. Da sie über die USA fliegt, kontrolliert ein Amerikaner ihren Pass. Sie fahren allein nach Mexiko? fragt er nach. Ich bin jetzt allein, aber ich treffe mich dort mit mexikanischen Freundinnen. Er schaut geschockt. Woher kennen sie die Mexikanerinnen? Annika ist nervös. Ist das ein Verhör? Aus Südafrika. Er hat die Augenbrauen gehoben und ihr nicht geglaubt. Was dachte er? Dass Annika Drogen schmuggeln will? Aha, wieso waren sie in Südafrika? hat er mit eiskalter Stimme gefragt. Annika wollte weinen. Ich habe dort studiert, hat sie erklärt. Der Mann war mit ihren Antworten nicht zufrieden. Aha, und kommen sie heute direkt von Salzburg nach München angereist? Sie war glücklich, dass der Mann endlich das Thema gewechselt hatte. Nein, ich habe vorher bei einem Freund übernachtet, der hier in München wohnt. Der Mann hat noch immer auf ihren Pass geschaut. Aha, und woher kennen Sie diesen Freund? Annika hat schnell geantwortet. Ich kenne ihn auch aus Südafrika. Sofort wusste sie, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Aha, und Sie sind sich sicher, dass er Ihnen keine Drogen in ihr Gepäck gegeben hat? Mit offenem Mund hat Annika den Mann angestarrt. Dieses Gespräch würde noch lang dauern. Im Endeffekt stand sie über 10 Minuten bei dem US-Amerikaner. Am Ende durfte sie aber allein nach Mexiko fliegen. Der Urlaub beginnt abenteuerlich. Deutsch lernen durch Hören Untertitelung des ZDF für funk, 2017